Rekorde aufstellen, Spaß an der Bewegung haben, gesund bleiben und werden. In der Gemeinschaft, im Team, seine Leistung messen, das ist Sport. Und Brandenburg ist ein Sportland. Die Linke will den Sport weiter stärken. Ab nächstes Jahr werden 2 Millionen Euro zusätzlich in die Sportförderung fließen. Und es soll vor allem denjenigen zugutekommen, die sich tagtäglich für den Sport engagieren. Ob als Sportlerin, Übungsleiter, Trainerin, Schiedsrichter, Sportlehrerin, die zahlreichen Vereine, Verbände und schlussendlich der Landessportbund. Alle leisten ihren Beitrag mit viel Kraft und wirklich großer Motivation, um noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern. Gleichzeitig wollen wir das kommunale Investitionsprogramm zum Ausbau unserer Sportstätten in unserem Land fortführen. Und dafür setzen wir uns als Linke ein. Und in diesem Sinne, sportfrei! Und in diesem Sinne, sportfrei!